Das älteste Kurhaus am Arendsee lädt seit einem Jahr wieder zum Relaxen und Entspannen ein. Ich begrüße Sie in der Wellnessfarm Haus am See und wünsche Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt. Den Alltag hinter sich lassen, das kann man ideal in der Sauna. Doch das Besondere ist hier die Abkühlung im Arendsee. Für das grenzenlose Wohlfühlen sorgt Chefin Simone Döpelheuer höchstpersönlich. Und jetzt entspannen Sie schön und genießen Sie das. Kurzurlaub für Seele und Körper heißt hier abschalten, auftanken, sich verwöhnen lassen. Ob bei Kosmetik, Rücken- oder auch Ganzkörpermassagen, Maniküre, Pediküre oder Schlammpackungen. Jeder, wie er will. Das Angebot ist vielfältig und alles unter einem Dach. Direkt vor der Haustür lockt die Natur. Fitness im Grünen. Mit dem Fahrrad den Arendsee umrunden oder nach Kneipp die Beine vertreten. Das macht einfach Spaß. Ist das toll, oder? Herrlich. Herrlich. Ganz super. Innere Lebenskraft gibt Qigong am Seeufer. Und nach so viel Bewegung kann man ohne Reue essen. Quasi schlemmen für die Gesundheit. Und den Arendsee gibt es sogar noch auf dem Teller nichts sparen als leckeres Dessert. den Markt ist, dass mit mir ganz vermieden werden. Was bedeutet das, dass wir mehr gluep CHRIS ocurrieren wollen? Untertitelung des ZDF, 2020